Moin Leute, das Halbfinale steht an mit den Partien, die ihr hier seht. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren oben in der Infokarte. Könnt ihr auch gerne abstimmen, wie ihr glaubt, wie am Ende die Finalpartie lautet. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr da glaubt. Ich denke, jetzt ist es wirklich 50-50 jeweils. Ansonsten würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten, wie gesagt, tippt gerne auch mit in den Kommentaren. Ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator, das solltet ihr auch immer wissen. Das heißt, wenn ich mal Sprachfehler habe oder was auch immer, naja, interessiert euch ja eigentlich auch nicht. Es geht jetzt los mit Frankreich gegen Belgien. Viel Spaß! Frankreich gegen Belgien, das Halbfinale Nummer 1 im St. Petersburg-Stadion um 20 Uhr am Dienstagabend. Eine überzeugende Partie konnten beide Teams im Viertelfinale abliefern. Uruguay wurde mit 2 zu 0 abgefertigt, aber auch Belgien konnte die noch höher favorisierten Brasilianer rausschmeißen. Die erste Möglichkeit erarbeiteten sich hier die Belgier. Der Bräune ist das im Zusammenspiel mit Lukaku. Und da trifft er direkt mal den Pfosten. Ähnliche Situation oder ähnliche Schusstechnik zumindest, wie bei seinem Treffer gegen die Brasilianer. Hier trifft er nur den Pfosten vom Tor von Hugo Lloris. Aber auch Frankreich weiterhin mit einer sehr guten und überzeugenden Turnierleistung mit der ersten Möglichkeit. Nach 13 Minuten Superparade von Thibaut Courtois, der wirklich das ein oder andere Mal exzellent gegen Brasilien halten konnte. Und auch hier bewies er wieder, dass er wohl zu den Top 3 der Torhüter dieser WM zählen könnte. Vielleicht sogar zum Besten, aber das sei mal noch dahingestellt. Belgien auch wieder auf dem Weg nach vorne. Mertens hier aber gegen Hugo Lloris noch mit einem zu harmlosen Abschluss. Von beiden Teams kam offensiv viel tendenziell Belgien die etwas spielbestimmendere Mannschaft. Witzel mit der Übersicht Schadli gegen Hugo Lloris mal wieder. Es war eine wirklich unterhaltsame Partie. Beide Teams wollten die Treffer erzielen. Es stand noch 0 zu 0, aber es war nicht so, dass sich eine Mannschaft nur hinten reinstellte, sodass im ersten Durchgang eine wirklich unterhaltsame Partie entstehen konnte. Und wieder ist es Thibaut Courtois, der überragend hält. Hält den Ball von Antoine Griezmann sogar fest, der ein glückliches 2 zu 0 gegen Uruguay erzielen konnte. Durch einen dicken Fehler von Muslera. Dann vor der Pause nochmal Belgien. Lukaku legt clever auf Schadli auf. Und dann stand es 1 zu 0. Nasser Schadli in der 45. Spielminute mit seinem zweiten WM-Tor. Hatte er gegen Japan in der Nachspielzeit das 3 zu 2 erzielt. Und hier macht es Lukaku clever. Wird erst an Lloris einmal scheitern. Und dann legt er nochmal clever auf Schadli. Schadli hämmert den Ball dann rein. Das ist gar nicht so einfach, weil er auf eine unangenehme Höhe kommt. Und dennoch drischt er den Ball in die Maschenstunde jetzt im zweiten Durchgang absolviert. Und da kam dann auf einmal Frankreich wieder etwas gefährlicher nach vorne. Kompany kommt aber im letzten Moment dazwischen. Griezmann verpasst dann relativ knapp. Es wurde etwas harmloser von beiden Mannschaften. Belgien tat sich schwer mit dem Verteidigen. Und dann kam Antoine Griezmann zu seinem Treffer. Viertes WM-Tor jetzt mittlerweile 69. Spielminute. Die Partie war ausgeglichen. Dembele feiert da. Und dann kommt auch Corentin Tolisso zum Feiern. Dazu dicker Abwehrbock da bei den Belgiern. Und dann ist letztendlich Antoine Griezmann vor Thibaut Courtois der Gewinner. Da konnte er nichts machen, der Rückhalt von Belgien. Denn irgendwann sind die Kapazitäten auch mal ausgereizt. Und so ging es dann mit diesem 1 zu 1 in die Verlängerung. Lukaku konnte einen Treffer auflegen. Vielleicht sollte er jetzt in der Verlängerung sogar auch erfolgreich werden. Und seinen Namen auf die Anzeigentafel bringen. 96. Minute. Frankreich erst mit der Möglichkeit. Mbappé. Und wieder Thibaut Courtois. Die Situation war noch nicht zu Ende. Dembele eroberte sich den nochmal. Und wieder Courtois. Aber immer wieder dazwischen. Eine überragende Leistung. Mal wieder eine Einserleistung. Im Tor der Belgier. Vor der Pause dann nochmal. Die Belgier mit einer Möglichkeit. Vincent Compagnier ist das. Der nach einem Eckstoß per Kopf ganz knapp scheitert. Sonst wäre aber Hugo Lloris sicherlich auch in der Ecke da gewesen. Springen wir in den zweiten Durchgang der Verlängerung. Es gab wiederum Möglichkeiten. Insbesondere für Frankreich. Kylian Mbappé mit einem überragenden Ball auf Courantan-Toulisse. Und er hat die Entscheidung auf dem Fuß. Und ein weiteres Mal zerbrechen die Nerven vor diesem Keeper. Überragende Leistung. Mehrfach schon bereits angesprochen. Doch nochmal Frankreich vor dem Elfmeterschießen. Sollte es nochmal zu einer gefährlichen Situation kommen. Nabil Fekir auf Antoine Griezmann. Und in der 118. Spielminute schießt der Top-Stürmer von Frankreich. Seine Nationalelf ins Finale. Ein überragender Spielzug. Belgien war nicht mehr konzentriert genug. Thibaut Courtois ist machtlos. Wie schon beim ersten Treffer. Und nach einer überragenden Turnierleistung fliegt Belgien ganz knapp vor dem Finaleinzug aus dem Turnier. Wird sich dann im Kampf um den dritten Platz messen müssen. Und damit Frankreich im Finale letztendlich. Entweder gegen England oder gegen Kroatien. Das entscheidet sich dann im zweiten Halbfinale. England und Kroatien sind zwei Teams, die sowohl im Elfmeterschießen als auch spielerisch innerhalb der 90 oder 120 Minuten immer schon überzeugen konnten. Jetzt ging es so weit, dass beide Teams im Halbfinale standen und das letzte Finalticket auch noch gezogen werden sollte. Die Frage war, wer würde das für sich beanspruchen. England mit der besseren Anfangsphase. Jesse Lingard bekommt den Ball Sterling. Und letztendlich nochmal aufgelegt auf Jesse Lingard. Aber Sterling war schon im strafbaren Abseits. Knappe Aktion sehen wir aber mit der Linie gezogen. Die Fußspitze eben im strafbaren Raum. Zwölfte Minute. England gehörte die Anfangsphase. Und da konnten sie nach zwölf Minuten auch Profit rausschlagen. Dele Alli, sein zweiter WM-Treffer, per Kopf noch im Viertelfinale gegen Schweden erfolgreich gewesen. Und jetzt macht er hier das so wichtige 1 zu 0. Schon eben nach zwölf Minuten leitet er selber ein. Bekommt den Ball letztendlich von Harry Kane wieder. Und zu Basic, der sich da noch streckt. Aber der Ball ist zu wuchtig geschossen. Toschiert den Ball noch mit den Fingerspitzen. Aber ihn kann er nicht mehr rausholen. 36. Minute dann. Kroatien wagte sich mehr und mehr jetzt aus der eigenen Hälfte. Und es gab eine gefährliche Möglichkeit nach Eckstoß. Modric springt den erstmal rein. Wieder dann nochmal Ante Rebic mit der Vorlage auf Kramaric. Doch Pickford kann den Ball erstmal unter sich begraben. Noch etwas zu lasch geschossen. Aber nochmal Kroatien vor der Pause. Die Nachspielzeit war eigentlich schon abgelaufen. Doch die Möglichkeit gab es noch. Da geht Young am Ball vorbei. Und Kramaric muss den Ball entweder reinmachen oder in die Mitte legen. Es stand zur Pause 1 zu 0 für England. Und im zweiten Durchgang ging das auch lange Zeit so weiter. 20 Minuten schon gespielt. Henderson, Dyer im Zusammenspiel. Und letztendlich ist es Dyer, der auch zum Abschluss kommt. Aber wieder kriegt er die Hacke dazwischen. Sodass Subasic den Ball nur noch von der Straße auflesen muss. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde Kroatien aber mehr und mehr gefährlich. Das ist Frisalko auf Kovacic, der letztendlich den Ball reinbringt. Und im letzten Moment kommt Maguire noch dazwischen. Das wirkte so, als würde Kroatien nicht mehr entscheidend nach vorne kommen. Doch dann dieser Bock von Henderson gegen Brozovic. Manzukic schlägt auf. Und Ivan Perisic mit dem Ausgleich. 87. Spielminute. Er konnte tatsächlich noch Kroatien in die Verlängerung retten. Ein sehr bekanntes Gesicht in der Bundesliga. Die Schusstechnik ist bekannt. Ein dicker Abwehrfehler. Und Manzukic schlägt dann auf. Perisic eiskalt. Hämmert den Ball oben links rein für Pickford. Auch nichts mehr zu halten. Der ist platziert. Der ist stramm geschossen. Keine Möglichkeit, den irgendwie abzuwehren. Es ging also auch im zweiten Halbfinale in die Verlängerung. Und die Frage war, wer würde da das Zepter in der eigenen Hand halten. Erstmal kam Kroatien nach vorne. Ivan Perisic, 100. Spielminute mit dem Flankenball. Manzukic kommt sogar zum Kopfball. Setzt sich dadurch aber zu harmlos. Beide Teams wollten nicht den entscheidenden Fehler machen in der Verlängerung. um dann so auszuscheiden. Doch Kroatien hatte mehr Mut. Und dann kam sie auch zu dieser Aktion. Maguire soll da faul gespielt haben gegen Kovacic. Es gab Strafstoß. Und Luka Modric nahm sich der Sache in der 105. Spielminute auch an. Und versenkte den Ball unten rechts. Eiskalt. Ein sein dritter WM-Treffer. Nicht mitgezählt. Die verwandelten Strafstöße in den jeweiligen Elfmeterschieß. Die Kroaten. Kurz vor der Sensation. Ein so kleines Land. Kurz davor eben einzuziehen. Ins Finale. Gegen die Engländer. Die jetzt scheinbar doch ganz kurz vor Schluss noch den Traum aus den Händen gerissen. Bekommen Schienen. Aber es kam noch mal die nächste Möglichkeit für die Engländer auf. Fünf Minuten waren noch zu gehen. Henderson. Chip hier. Auf Rashford. Und dann doch noch das 2 zu 2. Sein erster WM-Treffer. Markus Rashford. Konnte also doch noch mal die Engländer gerade so retten. Es gab also Elfmeterschießen. Was für eine Partie. Zwei überragende Mannschaften. Und letztendlich entscheidet dann eine Mischung aus Glück und Nerven. Das war super gespielt. Subacic aus kurzer Distanz. Mal wieder machtlos. Und Rashford war eiskalt. Wie gesagt, es gab dann Elfmeterschießen. Das dritte für Kroatien. Bereits zwei zu gewinnen war. Ein Novum. Was vorher nur Argentinien geschafft hatte. Jetzt eventuell das dritte. Es stand nach vier Elfmetern 1 zu 1 unentschieden. Und dann kam Daya mit diesem verpatzten Strafstoß. Schubazic hielt. Perisic konnte er erhöhen. 2 zu 1 also für Kroatien. Dann kam Dele Eli. Dessen Nerven aber auch versagten. Haut den Ball rüber. Der war nicht mal stramm geschossen. Ein viel zu harmloser Strafstoß. Manzukic musste treffen. Und das wäre der Finaleinzug gewesen. Aber Manzukic setzte den Ball an den Innenpfosten. Es war unglaublich, wie die Strafstürze hier vergeben wurden. Jetzt musste aber Henderson den Ball über die Linie bringen. Wenn Subacic den halten sollte, wären sie qualifiziert für das Finale. Und er machte es. Mal wieder. Subacic das dritte Mal in Folge. Der Elfmeter hält. Hält schon wieder seine Kroaten im Turnier. bringt den Finaleinzug. Und das auch verdient die Kroaten über die 120 Minuten gesehen. Der durchaus verdiente Sieger. Dieser Strafstoß von Henderson war dafür verantwortlich. Dass Kroatien jetzt im Finale steht. In Russland 2018. Das war die Prognose zu den beiden Halbfinalpartien. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten tippt immer gerne mit den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Was glaubt ihr? Wer zieht letztendlich ins Finale ein? Könnt ihr auch oben in der Infokarte abstimmen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Und ciao. Bis dann. 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 Bis dann.